Ja meine Damen und Herren, hier sind wir wieder. Die World Wrestling Federation ist ins deutsche Fernsehen zurückgekehrt und zwar exklusiv auf RTL 2. Sie haben gerade eben gesehen den dynamischen Beginn einer neuen Sendung Wrestling Spotlight. Sie wird am Wochenende dazu dienen Ereignisse zusammenzufassen, so kann man es ungefähr sagen, die in der Woche geschehen sind. Wir werden drei Sendungen in der Woche haben, aber ich bin sicher, Sie werden das alles im Laufe der Zeit herausfinden. Das begrüßt Sie, wie gewohnt, Carsten Schäfer. Ich habe einen neuen Kollegen, das ist Günter Zapp, American Football Freund in Deutschland, mit Sicherheit bestens bekannt. Ich glaube Günter, diese Sache hier, Wrestling, das ist etwas, was du glaube ich schon ziemlich lange noch hast. Ja, ich kenne es natürlich auch von den alten Zeiten, von kleinen Sendungen im Frühjahr und vor allem vom Football her. Sehr viele Football-Spieler sind entweder nach ihrer aktiven Football-Karriere zum Wrestling gekommen oder haben gar einen Football-Vertrag ausgeschlagen und sind beim Wrestling in alles beides ja Kampfsportarten im weitesten Sinne. Ich kann Ihnen schon mal sagen, wir werden in den nächsten Nacht fünfmal sagen, zwei Wochen runter, alles das nachholen, was in den vergangenen Monaten passiert ist. Keine Sorge, verhalten Sie dafür. Dieser Mann, ob Sie es glauben oder nicht, ist fast zwei Meter, fünf und vierzig groß. Sie verabschieden uns die fünfzehn Minuten sind schon vorbei. Verpassen Sie nicht die nächste Sendung auf RTL 2 am Montag um 21.05 Uhr. Die Superstars, am Donnerstag um 21.05 Uhr dann die Challenge und am Samstag gegen 22 Uhr folgt dann wieder Wrestling Spotlight. Das heißt, wieder schön, tschüss, bis dann. Ja, meine Damen und Herren, am Samstag haben wir schon eine kurze Ausgabe von Spotlight gebracht, das kleine Appetitanreger darauf, dass die World Wrestling Federation wieder ins deutsche Fernsehen zurückgekehrt ist und zwar exklusiv zu RTL 2, jede Woche, dreimal. Schauen Sie mal in die Programmzeitung, Ihnen wird das Herz aufgeben. Er soll aus San Francisco stammen, da wo im Lied nach immer die Sonne scheint, da sollte er vielleicht braungebrannt sein, also dieser Mike Stark. Ich weiß nicht, ein bisschen lächerlich sieht er ja schon aus. Und hier haben wir Damien Demento, auch eher ein unberechenbarer Typ. Und was mir sehr gut gefällt, ist, er sagt, er kommt aus den hintersten Winkeln des Bewusstseins, wo immer das sein mag. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, aber mit Sicherheit spiegelt sich der Scheinwerfer wunderschön auf seiner Klappe. Mike prallt einfach ab. Ja, ich bin auch früher als kleines Kind häufiger mal gegen die Mauer gerannt, aber damals wusste ich es nicht besser. Ein Mike sollte... Der Bossman ist gezeihnet von dieser Flüssigkeit. Ja, hier eine Disqualifikation, wir sehen es ganz deutlich, aber die Frage ist natürlich, ob der Bossman da vielleicht einen dauerhaften Schaden zurückbehält. Das ist natürlich die Frage jetzt. Das wäre natürlich sehr, sehr... Wir sind jetzt in der Sendung Monday Night Raw, die in den USA live übertragen wird. Und die Highlights dieser Sendung bekommen wir in Deutschland. Natürlich auch, das ist ja wohl klar. Ja, wir dürfen nicht vergessen, und das sollten wir mal immer wieder sagen, wenn ein Wrestler die Halle verlässt, dann entgeht ihm sein Preisgeld. Auch der Verlierer bekommt natürlich eine gewisse Summe. Das dürfen wir nicht vergessen. Also hat er sich nochmal überlegt und sagte, na, ich gehe lieber mal mit dem Geld heute Abend heim. Ja, jetzt will der Narzisst nicht zeigen, was er drauf hat, sondern was er dran hat. Nämlich an seinem Körper, vor allem sich selbst will er das zeigen. Er ist ja in sich selbst verliebt, nach seinem klassischen Vorbild aus der griechischen Mythologie, das sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt hat, beim Wassertrinken in einem klaren Bergsee. Naja, man kann dazu stehen, wie man mag. Ein bisschen Selbstverliebtheit ist ja ganz schön. Sieht man ja öfter in der World Wrestling Federation. Das kennen wir, aber ich glaube, der Narzisst ist da schon die Spitze des Rans. Ja, Günther, ich stelle fest, wann immer du den Narzisst siehst, versteigst du dich in höchste Verbalhöhen. Also deine Formulierungen bei dem Mann, die sind schon außergewöhnlich. Sean Michaels marschiert ein, als Oberarroganzing haben wir ihn tituliert in der Eröffnung. Das ist, glaube ich, nicht ganz falsch. Man sieht es auch deutlich hier, wie er einmarschiert. Er hält sich für den Besten. Der mag er vielleicht sein, er ist ja Intercontinental Champion, aber er ist auch ein bisschen ein Fiesling. Eine Bemerkung zum Kampf von Sean Michaels, vielleicht ist ihm das aufgefallen. Er singt seine Musik selbst und ich muss sagen, er hat mich nicht sonderlich überzeugt. Er sollte vielleicht seine Aktionen mehr aufs Wrestling beschränken, denn aufs Singen, denn das kann er keinesfalls so gut. Ja, Samu und Fatou, wie auch ihr Manager Affa, sind ja Samoaner und wir sagen das so leicht, die Jungs haben sie nicht mehr alle. Das ist mit Sicherheit so, wenn man diese Dinge sieht, was sie mit ihren Gesichtern anstellen. Fatou hat hier ein Zeichen gegeben, aha, es sollte also der Headbutt werden und dann auch einer für den eigenen Tag-Team-Partner. Nun ja, süßer die Glocken nie klangen. Naja, du sagst es, sie sind nicht ganz dicht, vielleicht machen sie diese Manöver ein bisschen zu oft im Training. Da sollte man vielleicht Schutzvorrichtung tragen, Helm oder sonstiges, aber vielleicht haben sie davon ja noch nichts gehört. Sie reichen den Gegner einfach weiter, Affa wirkt auch nicht so, als wisse er, wo er überhaupt ist. Was wir gesehen haben ist, in einem Musikvideo gibt er eine ausgezeichnete Figur ab und ich hoffe, sie haben sich schon den Scheiß von den gymnastischen Übungen zu dem Video wieder abgewischt oder den Tanzeinlagen oder was immer sie während dieses Videos getan haben. Der Oberschenkel von Yokozuna, wenn ich hinschaue, ist dicker als der Oberkörper von Jesse Storm. Wenn das nicht Bände spricht, was dann? Dass du Musiker auch kennst, wusste ich ja noch gar nicht. Ich dachte, du kennst nur die Wrestling-Musiken. Nein, 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 also Musik ist meine ganz große Schoße, das ist ja ganz klar. Und da fällt das auf, 163 Kilo bringt Bam Bam auf die Waage und dafür fliegt er durch die Gegend wie ein kleines Engelchen, so schnell und so flott. Also er ist wirklich ein Mann, der alles kann. Das heißt, er kann Kraftaktionen zeigen, aber er hat auch eine fantastische Technik, Flugmanöver, alles dabei. Wie du da einen Mann bei diesem Aussehen als Engelchen bezeichnen kannst, Dugo-Karst ist dein persönlicher Geschmack. Ich würde ihn eher vielleicht in die andere Richtung schieben, auch durch die Flamme natürlich. Ich erinnere mich schon mehr an die Hölle, vielleicht an ein kleines Teufelchen oder ein etwas größeres Teufelchen. Oder wie man so schön sagt, ein Engelchen mit einem B davor. Mir körperlich weh, wenn ich mir vorstelle, mir würde der Arm so rumgebogen und dann springt einer mit dem Knie noch drauf auf den Ellenbogen. Dann, naja, Prost-Maß. Ja, da verschiebt alle Knochen nur in die falsche Richtung. Das Gelenk wird gegen die eigentliche Richtung bewegt. Ja, wir übertreiben da natürlich ein bisschen. Ganz so schlimm ist es natürlich nicht, denn sonst würde man einen solchen Kampf ja nicht überleben. Aber es tut schon ganz schön leid. Teufel, 172, 175 Kilo, das variiert immer mal ein bisschen aus Norfolk, Virginia. Ja, und hier lächelt er das Publikum an. Dieser Junge ist wirklich, ja, er ist schon ein paar Mal rumgedreht. Mal war er gut, mal war er böse. Aber ich glaube, er will sich doch lieber mit den Fans gutstellen. Und das merkt man ihm auch an. Und irgendwie erinnert er mich an diesen Gegnern. Na, wie heißt der, der Gegner von Popeye immer in diesen Cartoons. An den erinnert er mich immer. Ich weiß nicht, warum. Er sieht ihm zum Verblüffen ähnlich. Da hast du sicher recht, Carsten. Joko Zuna hat den Ring reinigt von den bösen Geistern. Will ich noch kurz sagen, dass wir natürlich Westmania 9 bei RTL 2 übertragen werden. Und zwar am 25. April. Das ist ein Sonntag um 21.05 Uhr. Also auch zu einer zivilen Zeit, wie sich das gehört. Und ich hoffe, dass wir Sie begrüßen können zu diesem Großereignis. Mit Sicherheit, glaube ich, werden viele Zuschauer, wie auch wir, vor den Fernsehschirmen sitzen und mitfiebern. Schauen wir aber jetzt mal, wie sich Raven Clark gegen Joko Zuna verkauft hat. Hier geht es hier mit den Höhepunkten der Superstars der World Wrestling Federation. Ja, das ist es, was ich gemeint habe. Also diese Interviews sind überzeugend. Der Mann bringt sich genauso rüber, wie er ist. Das ist zwar widerlich, aber trotzdem. Ja, er steht zu seiner Rolle, wenn man so will. Ein Clown, der keinen Spaß versteht. Auch das äußerst selten. Immer mehr Rauch entsteht hier bei Papa Schango. Ja, also offenbar haben er und sein Schädel noch nichts vom Rauchverbot in der Halle gehört. Und etwas, was ich nicht korrigieren will, Gertruss. Ja, da drückst du dich jedes Mal wieder. Pitstop wird es genannt. Da muss Weichschädel erst mal die Maske abnehmen, damit es auch richtig wirkt. Ich denke mal, Deodorant verwenden die beiden Guten nicht, damit es auch schön ekelhaft zur Sache geht. Naja, man kann denken, was man davon will. Das rituelle Reinigen des Ringes. Ja, und dieses Salz, das könnte natürlich auch mal als Waffe eingesetzt werden. Das ist ja eine asiatische Spezialität, Salz bereitzuhalten. Das haben wir von Mr. Fugees Schützlingen in der Vergangenheit schon sehr häufig gesehen. Also auch da gilt es für Bret Hart, aufpassen, dass dir nicht plötzlich Salz in die Augen fliegt bei WrestleMania. Dieses gewaltigen Anblicks. Hast du das gesehen, Garst? Der steigt über das oberste Seil. Das ist fast unglaublich. Unglaublich. Unser Einer kommt gerade mal durchs mittlere Seil. Also ich meine, wir sind von der reinen Körpergröße her ungefähr mit Harvey Whipperman zu vergleichen. Wir bücken uns ein bisschen und kommen unter dem dritten durch. Ja, Günther. Ja, gute Mr. Perfect hat uns in letzter Zeit ja alles Mögliche gezeigt. Ja, was haben wir alles gesehen von ihm? Eishockey, heute Basketball, Baseball, Football. Also er scheint wirklich perfekt zu sein. Naja. Ja, mehr fällt einem da wirklich nicht so ein, das stimmt. Bam Bam Bigelow. Die Tätowierung auf seinem Kopf ist nicht das einzig Sensationelle an ihm. Ja, unter unseren Zuschauern, das zeigen unsere Briefe immer wieder, befinden sich sehr viele Shawn Michaels Fans. Im Norden Deutschlands gibt es eine ganz große Clique, muss man fast schon sagen, die fast nur aus Shawn Michaels Fans besteht, wie ich gehört habe. Die wissen schon, wer gemeint ist, aber liebe Leute, ich muss allen sagen, Shawn Michaels kann eins sicher nicht und das ist singen. Ja, den Erfolg des Slam-Jam-Videos und der Musik wird er mit diesem Lied sicher nicht erreichen. Wenngleich ganz so schlecht möchte ich die Musik nicht machen. Also ein bisschen singen kann er schon, aber sicher kann er besser wrestlen als Musik machen. Ja, das mit Sicherheit. Aber eine richtige Technik konnte ich bis jetzt noch nicht ausmachen. Ja, das stimmt, also die Zuschauer sind wohl auch eher verwundert, denn begeistert oder aufgeputscht. Sie schauen sich diesen Kim Chi wahrscheinlich mit der gleichen Fassungslosigkeit an wie wir. Also es ist kein Highlight, so will ich es mal sagen. Der Jim Gorman hat sich ja auch nicht dazu angetan, hier für Bewegung im Ring zu sorgen. Verteidigt sich hier ständig. Flieht, wenn es sein muss, aus dem Ring. Und Kim Chi kann seine langsame, bedächtige Art fortsetzen. Setzt eine Kraftaktion an die andere. Und dazwischen wieder wirklich dieses ganz, ganz gemägliche Abwarten. Also sicher nicht der beste Kampf, den wir je übertragen haben. Aber sicher nicht die Chancen der beiden einschätzen. Naja, ich kann ja jetzt nicht Razor Ramon zu meinem Technikliebling erklären und zum idealen Wrestler und ihm dann zugutehalten, dass er von Bob Becklund sich irgendwie beeindrucken lässt. Also ich glaube, das wird eine klare Sache. Einer der wenigen klaren Kämpfe bei Wrestlemania. Also mit Bob Becklund sollte Razor Ramon keine Probleme haben. Ja, ganz so krass würde ich es nicht formulieren. Aber in diesem Fall, das ist glaube ich der zweite Fall, in dem wir mal einstimmen, muss ich dir recht geben. Auch ich favorisiere Razor Ramon. Und damit sind wir auch schon bei diesem Team, bei den Headdrinkers. Samu und Fatou angeführt von ihrem Manager Affa. Sie werden bei Wrestlemania gegen die Steiner Brothers kämpfen. Und hier sage ich mal kurz und präzise, Steiner Brothers gewinnen. Ja, und ich habe es ja vorher auch schon angekündigt. Da sind wir uns uneins. Ich gehe also mit diesem Team, nicht zuletzt wegen des Managers Affa. Also ich sage, die Headdrinkers gewinnen. Aber wir werden es sehen. Affa hat sich auch wieder was Neues einfallen lassen. Tritt hier als Bananenvampir auf. Eine sehr interessante Variante. Sehen Sie in der Wrestling Challenge? Die Nasty Boys. Ihr Name ist Programm. Ähnliches könnte man auch über die Headdrinkers sagen. Wir haben ja gerade eben gehört, wie Gene Okuland sagte, dass die Veranstaltung um 7 Uhr abends stattfinden wird. Das ist 7 Uhr östlicher Zeit. Das würde bei uns bedeuten, wenn wir eine Live-Übertragung machen wollten, um 1 Uhr morgens. Und wir haben viele Zuschauer, die schon geschrieben haben, das wäre ihnen einfach zu spät. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir bringen es zu einem späteren Zeitpunkt natürlich in voller Länge mit allen Kämpfen. Ja, da sehen Sie es eingeblendet, wenn Sie in Amerika leben würden, müssten Sie bezahlen für dieses große Ereignis, um es im Fernsehen anzusehen. Bei uns kriegen Sie es umsonst geliefert. Nochmal die Erinnerung, 25. April 21.05 Uhr, nur bei RTL 2. Liebe Fans der World Wrestling Federation, Sie hätten mich jetzt mal hier sehen müssen, wie ich dem Günter Krampfer versucht habe, den Mund zuzuhalten, damit er nichts sagt. Denn ich wollte, wie Sie sicher auch, diese Musik von Doink, die wirklich Fantastisches, mal in voller Länge genießen. Und das Schöne ist natürlich, ich kann das ja machen hier, denn ich bin ja am Mikro. Darf ich jetzt wieder nichts sagen, dass du die Musik gut hören kannst? Ach doch, jetzt darfst du. Nur, glaube ich, hat er sehr viel beim Glücksspiel verloren, denn die Zahnlücke hat er immer noch nicht rechnen lassen. Ja, vielleicht wartet er, bis er so viel Geld zusammen hat, sich ein Diamant-Ersatzzahn kaufen zu können. Und nun sehen wir wieder einmal die Hedge-Shrinkers, Manager Affa, wieder mal in wenig beeindruckender Pose, das muss ich sagen. Also, ich glaube, da sollten die Herren mit den weißen Jacken vielleicht mal ankommen und sich um ihn kümmern. Im Schlepptaus seien Schützlinge Samu und Fatou die Hedge-Shrinkers. Ich glaube, früher immer gelernt, mit Nahrungsmitteln spielt man nicht. Letztes Mal war es eine Banane, die uns Affa auf seine seltsame Art und Weise präsentiert hat. Diesmal ist es ein, so wie es ausgesehen hat, rohes Huhn. Also die Ernährungspläne der Hedge-Shrinkers sind doch etwas seltsam. Gegner der beiden sind heute Jesse Storm und Mark Ming. Wir müssen mal abwarten, wie sie sich verkaufen, aber zuerst natürlich, wie immer, das Ritual der Hedge-Shrinkers, das für sie ganz, ganz wichtig ist. Schauen wir einfach mal zu. Da sehen Sie es also, das rohe Huhn wird verspeist. Seine Belohnung gibt man ja auch Zirkustieren oder sonstigen. Allerdings erst nachdem sie eine gelungene Aktion ausgeführt haben. Ich weiß nicht, was der tiefere Sinn dieses Rituals ist, vor allem diesen Rituals. Ja, das hier, das versteht man auch kaum. Ein Headbutt, den sich die beiden geben als Aufmunterung, als Aufforderung, den Kampf zu beginnen. Na ja gut, warum nicht? Das ist der nächste, Messler, in dem er nicht ganz so genau weiß, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Der Skinner aus den Sümpfen-Floridas kommt da, lebt da von der Legatorenjagd. Da brennt einem schon mal die Sonne auf den Schädel. Da hat sich ein neues Gewand zugelegt, weg vom schlichten, nicht ganz so spektakulären Grau, wie an ein buntes, schlangenähnliches Gewand. Nichts geändert hat sich allerdings an seiner Einstellung. Ein bisschen die linke Tour hat er drauf, wenn wir hier kurz seinen Gegner, Chris Katarski, gesehen haben. Legt er seinen Mantel ab. Ja, also irgendwie erinnern mich ja diese Spuren an Reifenspuren. Muss ich sagen, vielleicht ist er mal irgendwann unter die Räder gekommen, wenn man es böse sagen will. Er hat die Reifen von einem seiner entwendeten Fahrzeuge aufgeschnitten und aufgeklebt. Das lässt sich natürlich Randy Savage auch gerne verwöhnen. Ja, er ist ja einer der Kommentatoren der US-Live-Übertragung. Und ich finde das ja auch stilvoll in diese Freiluft-Arena. Ja, das gibt es ihm keinem Kommentator, muss ich dir vollkommen recht geben, Carsten. Ja, warum werden wir nicht mal reintragen? Ich denke doch, wir sollten auch bei der nächsten Veranstaltung vielleicht mal mit den Bossen von RTL 2 reden. Genau das wollte ich sagen. Ich glaube, wir sollten auch mal eine Senfte zur Verfügung gestellt bekommen. Aber den Sie auch kennen, nämlich Bobby Hinen. Er hat sich mal wieder hervorgetan durch Unwissenheit, wie man ein Kamel besteigen sollte, um auf ihm zu reiten. Wieso nennt man ihn The Brain, wenn er ganz offensichtlich von einer gewissen Geistesschwäche befallen ist? Ja, vielleicht ist es gar nicht so sehr, dass er The Brain ist, sondern The Brain sucht. Das weiß man ja nicht. Vielleicht braucht er ein bisschen davon. Genau, ja. Kann man ihm als Spire vielleicht Hirnwurscht empfehlen, aber das hilft. Ja, die kennen wir in Preußen ja nun überhaupt nicht, diese Hirnwurscht. Aber gut, verfolgt auch eine ganz klare Linie und Luna scheint keine sonderlich klare Linie zu verfolgen. Die scheint auch nicht mehr alle Tassen im Schrank zu haben, so wie sie schaut zumindest. In Vollendung. Ja, Sherry, das Einzige, was mir an ihr nicht gefällt heute, ist ihr Make-up. Sieht aus, als hätte ihr an das Auge blau geschlagen, aber sie hat wirklich... Und die Hatschrinkers, wie üblich, mit ihrem Ritual hier, Manager Affer. Auch er einer, der nicht so ganz sauer ist, das haben wir schon häufiger gesagt. Ja, heute hat er offensichtlich aber nichts zu essen dabei, keine Kampfverpflegung. Ein Glück, das ist ja alles rohes Zeug. Ja, das ist ein solch widerlicher Anblick. Ja, zumindest wie sie die Nahrung dann auch verspeisen, selbst wenn es sich um Bananen handelt. Dann haben sie eine Art und Weise, dies zu verzehren, von der man sich wirklich nichts abschauen sollte. Ja, kein Wunder, die beiden Wilden aus dem Samoanischen Dschungel. So zumindest ist es uns mitgeteilt worden, da kommen sie her und... Somit die Besinnung zu rauben. Ja, sie muss eins sagen, manche Leute sprechen beim Wrestling ja von dem Wort Brutalität. Also ich glaube, Günther, wir können damit endlich mal aufräumen. Was wir hier sehen, ist einfach Wrestling in Vollendung. Natürlich sind da auch einige Kraftaktionen dabei, wie wir sie gesehen haben. Aber das ist doch alles Technik, das sind durchtrainierte Manöver. Also das hat mit Brutalität überhaupt nichts zu tun. Was sei denn, man verdreift auch meinetwegen Tischtennis als eine brutale Sportart, obwohl es auch gar nur um Technik geht. Also das ist völliger Unsinn. Das will ich jetzt hier mal in aller Deutlichkeit sagen. Denn was, was hier geboten wird, ist Sport in Perfektion. Es ist nun mal ein Kontaktsportart, bei dem sich zwei Gegner, drei, vier Gegner je nachdem gegenüberstehen und mit Körper in Kontakt geraten, wie beim Boxen, wie beim Ringen eben auch. Ja, man versucht ja auch nicht den Gegner oder auch beim Football, den Gegner nicht zu verletzen. Man versucht ihn nur so weit zu schwächen, einfach ihm die Kondition zu rauben, ihn außer Puste zu bringen, dass er sich gegen das Cover nicht mehr wehren kann. Genau, das ist der Sinn. Dazu dienen auch Haltegriffe, dass er sich eben nicht mehr befreien kann. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das sieht manchmal vielleicht etwas brutal aus, aber dann darf man kein Wrestler werden, wenn einem das zu hart ist. Und die Jungs wissen ganz genau, worauf sie sich einlassen. Trainieren genau darauf hin. Und das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Sie wissen, wann ein Schlag kommt, wie ein Schlag abzublocken ist. Ganz genau. Also die kommen ja nicht unüberlegt in den Ringen und plötzlich schlägt einer zu. Ganz genau, so ist das eben auch. Man trainiert diese ganze Sache also von Brutalität keine Spur. Aber das sollten sich diejenigen, die das immer wieder sagen, doch einmal überlegen. Das ist, Entschuldigung, völliger Quatsch. Beide Head-Shrinkers schlägt sie gegeneinander, aber das sind sie ja gewohnt. Das machen sie auch freiwillig. Double Headbutt gegen Rick. Das war wirklich... Also da muss ich jetzt mal lachen. Natürlich denkt Rick in Wrestling-Kategorien und sagt ein Double Headbutt. Ja, der macht die Gegner fertig, aber das machen die doch untereinander auch. Und jetzt kommt der Double Face-Slam als Strafe dafür. Das machen sie gern. Das hat sich der gute Rick anders gedacht. Die Head-Shrinkers bauen sich daran nur auf, an solchen Aktionen. Also ich muss sagen, das Ganze doch mit sehr viel Entertainment, Unterhaltungsqualitäten hier. Und jetzt müssen die beiden erstmal in die Halle kommen. Und das mit unseren Lieblingsmusiken. Crush Musik ist nämlich die Lieblingsmusik von Günther. Also würde ich sagen, bist du jetzt einfach mal still und wir hören uns die Musik an. Und dann die von Dolch. Na okay. Und zwar zehnmal, das ist eigentlich so das Übliche. Scheint zum guten Ton zu gehören. Vielleicht kann das Publikum auch nicht weiterzählen. Und die zählen ja immer begeistert mit. Ach Günther, jetzt sei doch nicht so gemein. Natürlich können die weiterzählen. Da macht nur einen Scherz natürlich. Leider konnte ich dir nicht antworten. Tut mir leid. Aber da kam gerade die Durchsage vom Ringsprecher. Howard Finkel nach Rücksprache mit Earl Hetmer. Finkus Maximus natürlich. Finkus Maximus heute. Wenn man Incorporatus nicht bis zehn zurück sind, verlieren sie das Nights und den Titel. Na ja, fallen sie sich natürlich. Das ist ganz klar. Und Hulk Hoganus wartet. Genau. Da gibt es jetzt dann vielleicht eine Kopffluss. Gegen ZDB. Und heute, die Lexus, die Lexus ist Lark. Die Lexus ist Lex Luka. Ich werde es jetzt machen. Ich habe es. Ich bin so begeistert. Es ist WrestleMania. Schau, was passiert. By the way, nicht zu weit weg. Ich will mit dir zu den Tables mit dir. Right now, let's get back to action at ringside. And once again, Finkus Maximus. Oh yeah. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, auch ein Mr. Perfect verspricht sich einmal. Er ist ja momentan wirklich absolut heiß auf diesen Lex Luger. Will ihn endlich vor die Flinte bekommen. Und es ist unfassbar, was... Er hat einen richtigen Versprecher drauf gehabt, weil er einfach endlich in das Stadion laufen wollte. Und eins muss ich sagen, angesichts dieser Bilder, die einem auch den Abschluss haben, zum Rauben als Mann, das muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat ja... Schau wieder hoch. Das war ein kleiner Blackout, wie wir ihn ja auch gerne einmal bei offiziellen Würden-Trägern erleben. Ich will ja jetzt keine Beispiele nennen. Er sitzt auf dem Boden. Manchmal auch bei Kommentatoren. Ich will auch keine Namen nennen. Das ist wohl wahr. Wir könnten da ein paar aufzählen. Ja, da sehen wir, wie er sich aufrappelt. Paul Barra ist mit der Urne da, dessen Inhalt wir immer noch nicht kennen. Das ist natürlich keine Asche, das ist ja völlig klar. Irgendwas hat er da drin, was dem Undertaker zumindest psychologisch gesehen Kraft gibt. Der Undertaker nacht natürlich bewusstlos, aber es ist gar nicht so leicht, so ein Riesenkerl heraus zu manövrieren. Also, liebe Fans, Sie müssen sich da keine Sorgen machen. Er hat ein bisschen ein Chloroformtuch ins Gesicht bekommen, wie wir das auch in Krimis sehen. Ob das nun Edgar Wallace Krimis oder was auch immer sind, da passiert einem natürlich nichts, aber er spürt natürlich nicht mehr auf, dass es nur eine kleine Narkose ist. Wie sie auch bei manchen Operationen verwendet wird, dort natürlich unter ärztlicher Anleitung. Also auch nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Ja, jetzt muss er natürlich abtransportiert werden, da an der Tegel, das ist ganz klar. Ja, also nichts Schlimmes, keine Sorgen machen, liebe Zuschauer. Das ganze Dienstpersonal, auch die Sanitäter tragen Drogen. Ja, ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Bret Hart Fans getroffen, mit denen ich mal ins Gespräch gekommen bin. Und ich möchte Sie hier an dieser Stelle alle mal geballt und gemeinsam grüßen. Es sind ja wirklich sehr, sehr viele, umso weniger Fans hat Yokozuna. Ich glaube, wenn ich wirklich mal einen ganzen, einen Abend ganz für mich alleine haben wollte, dann würde ich mit Sicherheit Yokozuna-Fans suchen, Günther. Und du gehst, glaube ich, auch nicht dazu, oder? Sollte man sich nicht täuschen, also ich kenne einige, dann immer wieder der Blick auch zu Mr. Fuji. Ja, und jetzt kommen natürlich die USA, USA-Rufe, obwohl die eigentlich nicht so ganz richtig sind. Denn Bret Hart ist ja aus Kanada, genau. Und eben aus Kanada. Ja, und jetzt kommen die USA-Rufe.